herzlich willkommen zurück verehrte lords and ladies bei einer neuen folge stronghold crusader mission 10 land unter palmen wir zusammen mit der ratte oberen in der oberen hälfte gegen saladin und sultan jeweils mit 10.000 gold vorab möchte ich mich dafür entschuldigen ich habe schon seit so langer zeit nicht mehr stronghold gespielt also wenn ich irgendwas falsch mache oder ähnliches verzeiht es mir bitte ich werde auf jeden fall mein bestes geben ich werde versuchen das ganze so schnell wie nur irgendwie möglich zu rocken ihr kennt mich aber lasst uns einfach mal in das spielgeschehen starten zuerst mal spieltempo das kenne ich noch sehr gut zack zack hier müssen wir erst mal ihr könnt das nicht dort platzieren seht ihr schon habe ich einen fehler gemacht nein weg damit so ist es nämlich gerade oder jawohl dann weiß ich noch so kornspeicher war dahinter zwei stück so dahinter hatte ich immer eine ich weiß es schon nicht mal mehr was haben wir denn dahinter immer gebaut leute helft mir ein liter haupt please stimmt sowas und sowas dann hatten wir hier die unterkunft so oder ich weiß es nicht mehr ich kann es euch wirklich nicht mehr sagen so auf jeden fall 123 das ist auf jeden fall anders so irgendwas stimmt hier nicht das muss wieder weg so natalie kommt schneller raus als der sultan sollte aber richtig schlecht so nach da ist die ratte alles klar dann da unten haben wir den ersten und da haben wir noch den ist so dann sehr gut also das heißt wir sichern uns jetzt erstmal hier ein bisschen ab indem wir hier wo können wir denn ihr könnt das nicht dort platzieren mein lord so hier bis hier hin gut dann einmal ein torhaus ein kleines nein es passt nicht hin so müsste aber hin passen ja es passt hin sehr gut dann kampfeinheit kampfeinheit schön basilisken sowie wie ging das denn jetzt hier noch mal wird noch immer sechs häuser oder da so so ich glaube das ist falsch wir hätten die immer marktplatz jawohl ich weiß es wieder leute der marktplatz natürlich was denn auch sonst so sieht zwar immer noch falsch aus aber besser als zuvor na gut dann let's go wo können wir denn hier was abbauen hier auf jeden fall machen wir hier und da ist auf jeden fall unser ding ihr geht mal da hoch eine baumeistergilde brauchen wir aber ich komme langsam wieder rein leute zwar langsam aber ich komme wieder rein das können sie mir glauben so zwei stück auf uns zählen ihr geht mal hoch ich brauche ich gerade wohin gehen wir zwei da hoch sehr gut dann müssen wir uns jetzt mal um die wirtschaft kümmern dafür brauchen wir einmal hier sowas mit einem abstand und dann hatten wir immer sechs bäckereien richtig eins zwei nötigen holz jetzt benötigen wir holz war natürlich mal wieder ganz klar los los das pech können wir eigentlich verkaufen das brauchen wir nicht ihr habt nicht genügend so let's go zwei drei vier fünf und sechs sehr gut dann hatten wir zweimal hopfen und zwei schenken eins und zwei sehr gut so wirtschaft steht langsam so da ist jetzt eine weggegangen das heißt wir können da jetzt zack den hier bauen sehr sehr gut so wir brauchen waffenkammer haben wir sprechen wir noch ein bisschen holz brauchen wir erstmal alles klar kauf mal ein überhaupt kein problem in diesem gebäude gibt es kein so und einmal das hier sehr gut okay alles klar dann auf zur nahrung wir brauchen eine käse farm zweimal getreide oder was einmal getreide einmal getreide zweimal käse ich weiß es nicht hoffen wir benötigen holz hopfen 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 nee was mache ich denn holz wollte ich kaufen so das bedeutet hier einmal hopfen hin dann einmal schutzball als go einmal hier ein abstand hier lang so dann brauchen wir hier noch ein paar mehr holzfäller soll ich glaube ich bin noch mal lieber eine käse farm nur zur sicherheit dann weiter zu bauen let's go einmal hier so und so okay das war too much gar kein problem youtube anstrengend so 15 stück alle mal hoch so 15 einheiten let's go dann bauen wir hier mal weiter jetzt kommt dann besoffener zwei besoffene so wie es aussieht komm raus da hier einmal zu machen dann hier einmal lang dort einmal entlang hat es da genau so ein holzkack ding da auch wir werden überfallen jetzt bin ich gespannt was die machen irgendwo rauskommen der bergfried ist komplett so wir bauen hier hinten einen let's go raus da raus da ganz schön anstrengend leute ganz schön anstrengend da unten werden wir überfallen oder wir die wir müssen noch versuchen da rauszukommen wo wohnen zur stelle auf was schießt er denn ich weiß es nicht wir werden auf jeden fall angegriffen das gefällt mir gerade gar nicht so jetzt brauchen wir gute dinge gute dinge aber hier haben wir alles das haben wir dann brauchen wir hier eine kapelle natürlich wie jedes mal zack zack für ein bisschen religion und wie schaut es da aus noch ganz gut seltener posten kommt hier irgendwo hin hier sehr gut waffenkammer steht hier haben wir alles youtube gute dinge also let's go die waren an die guten dinge noch mal hier so ich habe immer die hier gebaut ganz klassisch so hier ein bisschen was hin da ein bisschen was hin hier hinten natürlich immer voll machen ganz klar so sehr gut hier passt auch noch einiges hin wie viel habe ich jetzt angstfaktor als der gütigste mann des gesamten sehr gut maximale freundlichkeit erreicht dann heißt es jetzt das volk huldigt unsere schatzkammer lehrt sich beliebt halt immer noch plus fünf unsere schatzkammer lehrt sich das volk huldigt euch seien bioschank und angstfaktor ist auf Fall gegeben, Leute. Nice. Unser Ding ist weg. Das ist gar nicht gut. Na los. Zwei Baumeister bitte. Haben wir noch welche da? Nee. Ruf da. Haben wir schon einen verloren? Das wäre übel. Das wäre wirklich übel. So, dann machen wir uns doch jetzt mal weiter in unsere Stadt. Ihr seid der viertgrößte Herrscher. Was? Wir sind der Schlechteste. Hm. Das ist blöd. Das heißt, wir müssen erstmal einen Meuchelangriff starten. Es wird ein Rekruten benötigt sein. 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 Nur zur Sicherheit, Leute. So, also wir haben zweimal das, zweimal das. Jetzt bin ich gespannt. Hopfen haben wir noch ein bisschen. Da bin ich wirklich gespannt. So, Eisen ist wirklich rein zum Verkaufen. So, wie schaut's denn hier aus? Der hat auch ein paar gute Dinge. Oh, will uns angreifen, so wie's aussieht. Da müssen wir schnell angreifen. Was ist mit der Ratte? Eure Verbündeten. Befehler teilen. Angreifen. Eine Nachricht der Ratte. Mein Meister zeigt sich einverstanden. Sehr gut. Sehr gut. Erster, erster Angriff kommt nun. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, ich muss hier aber auf jeden Fall... Sicher auf uns? Ich glaube nicht. So, Spieltempo geht erstmal hier erhöht auf 90. Hatten wir sonst auch immer 90? Ich glaub schon, oder? So. Dann wollen wir doch mal hoch. Ostahit. Ostahit. Ah, der kriegt da hin. So, wir greifen an. Dürften uns ja eigentlich nicht sehen, oder? Sehr gut. Angriff. Angriff. Hier hoch, hier hoch. Los, los, ihr schafft es. Komm, komm, komm. Schön angreifen. Zack, zack. Hier noch entlang. Aber 90 ist mir zu schnell. Ich muss mal auf 60. Standardgeschwindigkeit. Wie viele haben wir noch? Vier Stück? Kein mehr. Okay. Wir haben denen auf jeden Fall Angst zu. Angst bereitet. Sehr, sehr gut. So, wir haben ein bisschen Stein wieder. Ich würde sagen, wir bauen hier direkt mal weiter. Zack, zack. Wieso geht das nicht? Ah, jetzt geht's. Passt. Wieso geht das jetzt hier nicht? Jetzt geht's doch. Hä? Versteh das immer nicht. So. Haben wir doch ein bisschen was wieder zum Schützen eingebaut. Sehr gut. So, wir können hier wieder einbauen. So, wir haben zwei Käsefarmen. Ich glaube, wir bauen aber... Haben wir noch ein bisschen Stein? Gerade nicht. Okay. Also, Hopfen haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Das heißt, wir verkaufen hier mal ein bisschen was. So. Wir haben Getreide. Das ist auch in Ordnung. Okay. Neuer Angriff. Hilft ja nix. Schafft Roto hart. Es werden Rekruten benötigt sein. So, Rekruten kommen. Wie schaut's mit der Beliebtheit aus? Passt. Ihr geht mal bitte da hin. Oder geht erstmal da hoch. Das ist ein weiter Weg. Das stimmt. Aber der ist wichtig für uns. So, wir machen nochmal ein paar mehr Meuchelmörder, würde ich sagen. Weil der hat uns ja ausgelacht zuvor. Das fand ich nicht so schön. So, wie schaut's da aus? Das ist weiter in Angriff. Sehr gut. Holz haben wir gut. Gut Holz. Ah, jetzt haben wir hier das... Okay. Zugemacht. Das ist natürlich blöd. Mhm. So und so. Ja. 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 Vielen Dank.